Ja, willkommen zurück zu Age of Pathology. Wir versuchen es immer noch daran, das trojanische Tor hier oben. Wo zermetzeln? Ich glaube, ich müsste mir nochmal einen Überflug leisten, wie ich den hinten aussiehe. Wie groß meine Armee sein muss, die ich aufsteigen muss. Denn das ist ja nicht unwichtig. Denn das ist ja nicht einfach. Aber dafür würde ich mir immer so einen Pegasus leisten. Das ist ja nicht unwichtig. Wie ist das? Das ist ja nicht so ein Pegasus. Ich bin natürlich nicht so ein Pegasus. Ich bin schon ein Pegasus. Tja, 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 Tja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 wie war das mit dem heilen? da war doch irgendetwas, dass ich mich heilen könnte genau das ist, dass wir in der Nähe von Tempeln Einheiten halten finde ich gut Ich Может was die das würde nicht eigentlich funktionieren Einfach, wenn sie am Aras ausgebaut. Auch gut. Das heißt, die Stadt ist schwer befestigt. Hm, das wird noch lustig werden. Die Stadt ist bereit. Endlich! Bezüchung. 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 Und ich brauche Belagerungswaffen. Aber ich sehe jetzt gar keine Leopold ausbauen. Na doch, klar, ich muss in die nächste Zeit dafür. Ist ja gut. Gucken wir mal. Schatzkammer ist für uns wichtig. Und sind nämlich alle Rohstoffprobleme für immer gelöst. Also wirklich schwer. Rohstoffball haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt können wir auch mit der Forschung endlich durchstarten. Oder Einheiten. Oder Einheiten. Da kommt wieder ein Schiff rein. Ich werde noch ein bisschen meine Einheiten aufstellen. Und beim nächsten Mal gucken, was wir den Angriff durchgezogen kriegen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.